Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rückkehr zu Brug anzunehmen bei Greed Sarden in Ironforge. An dieser Position ist der Greifenmeister von Ironforge. Vorquest ist Greed Sarden, da musste man zu ihm hinlaufen und so wie die Vorquest und auch diese Quest ist es nur verfügbar für Zwerge und Gnome. Also Nachtelfen, Menschen bekommen diese Quest nicht und logischerweise auch die Horde-Fraktionen nicht, aber ich erwähne es nochmal, weil das ist nicht für alle logisch. Wie ihr seht bekommt man auch ein Quest Item mit. Man soll jetzt einen Flug nach Loch Moda nehmen, das mache ich. Mit dem Quest Item müsst ihr nichts anstellen, einfach nicht wegwerfen oder aus Versehen auf die Bank legen, denn zur Abgabe muss es im Inventar sein, soweit mir bekannt. Ich befinde mich auf dem Flug und ich melde mich sobald ich im Landeanflug bin. Also, bis gleich! Da habe ich schon Loch Modan erreicht, sollte also gleich ankommen. Falls euch das Video geholfen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr verweilen und motiviert mich weitere Videos aufzunehmen. Ihr müsst das Video jetzt nicht minimieren oder so, um meinen Kanal zu abonnieren, sondern ich blende euch gleich seinen Knopf in der Mitte ein, den dürft ihr gerne klicken. Sollte euch auch nicht allzu viel Kraft kosten. In dieses Gebäude muss man hineinlaufen. und dann bin ich auch schon gleich angekommen. Da bin ich auch schon. Die Quest ist abzugeben bei Brook Stone Seeker im Loch Modan an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ich zocke. Ende. Bei